ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba' Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir freuen uns heute, in eurer geehrten Anwesenheit unsere Unterrichtsreihe fortzusetzen, liebe Geschwister. Und wir reden über ein gewaltiges Thema, über das islamische Benehmen. Und wir wollen uns, insha'Allah ta'ala, mit allem beschäftigen, was uns die Sunnah gelehrt hat. Seien es noch so kleine Sachen in unserem alltäglichen Leben, so sind wir, biiznillah ta'ala, wahre Anhänger des Propheten Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, indem wir ihm folgen. Und wenn wir ihm befolgen, so wirst du merken, dein Leben ändert sich komplett. Allah, subhanahu wa ta'ala, wird dir eine Süße im Leben geben, die du durch nichts erreichen kannst, außer durch die Befolgung der Religion. Und so sandte Allah, azzawajal, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, den Letzten aller Gesandten. Und wer ihn nicht bestätigt, wird niemals ein Muslim werden und wird sich niemals vom Höllenfeuer befreien können. Er sandte diesen edlen Gesandten, damit wir ihm nachahmen und damit wir seine Sunnah leben, wie Allah, subhanahu wa ta'ala, uns im Koran sagt. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Beispiel gegeben worden. Und dieses wollen wir uns, insha'Allah ta'ala, zur Lebensaufgabe machen, ihm zu befolgen. Und natürlich, liebe Geschwister, was das Allerwichtigste ist, wir sind Sunniten, wir folgen der Sunnah des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und dieses ist der einzige Weg, der uns erretten kann vor dem ewigen Höllenfeuer. Möge Allah, azzawajal, uns auf der Wahrheit befestigen und uns niemals von dieser Wahrheit abirren lassen. Das letzte Mal haben wir über das islamische Benehmen beim Toilettengang gesprochen. Und wir haben sehr wichtige Dinge genannt. Und wer diese Unterrichte nachschauen möchte, beziehungsweise sie zum ersten Mal schauen möchte, so geht er bitte auf unseren YouTube-Kanal, Abul Barat Youb, und geht dort auf Playlist und das islamische Benehmen. So hat er die Unterrichte. Dieses ist bereits der fünfte Unterricht heute an diesem gesegneten Tag. Und wir wollen, insha'Allah ta'ala, weiter fortführen mit dem Benehmen auf Toilette. Ein sehr wichtiges Thema. Und heute reden wir, insha'Allah ta'ala, über verschiedene Kapitel. Das erste Kapitel, Taklimul Yadi, Al-Yumna, An-Massil-Faraj. Und zwar, dass man die rechte Hand, die geehrt ist, bevorzugt beim Toilettengang und dass diese rechte Hand zu geehrt ist, als dass wir mit der rechten Hand das Geschlechtsteil berühren. So heißt es in einer Überlieferung. So berichtet Abu Qatada von seinem Vater, dass dieser sagte, Ich hörte den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagen, wenn jemand von euch uriniert, so soll er sein Glied, bedeutet sein Geschlechtsteil, nicht mit der rechten Hand anfassen oder mit seiner rechten Säuber. Hast du gemerkt, wie geehrt die rechte Hand ist? Deswegen hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er ist untersagt, dass wir das Geschlechtsteil, das Glied mit der rechten Hand berühren. Warum? Wir haben natürlich erwähnt, dass die rechte Hand geärbt ist. Die Frage ist jetzt, nachdem wir diesen Hadith gehört haben, ist es allgemein verboten, sein Glied mit der rechten Hand zu berühren oder gilt das nur, wie hier in diesem Hadith angemerkt wurde, wenn man uriniert. Es gibt natürlich andere Überlieferungen, die eine allgemeine Untersagung auch bestätigen. Jetzt will eine Person beispielsweise duschen und er berührt mit seiner Rechten sein Geschlechtsteil. Ist dieses verboten für ihn oder ist dieses sogar erlaubt? Wir wollen, liebe Geschwister, diese Sache detailliert erklären. Wir sagen, die rechte Hand ist geehrt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie wir gleich hören werden, hat diese rechte Hand nur für bestimmte Dinge benutzt. Für andere nicht. Aber wenn wir sagen, dass man die rechte Hand benutzt, so ist dieses nicht dafür vorgesehen, für bestimmte Dinge oder bestimmte Sachen anzufassen. Daher soll man das vermeiden als Muslim. Sündigt man? Nein. Manche Gelehrte haben das auch erlaubt, dass wenn man zum Beispiel duscht oder sonstiges, dass man auch mit seiner rechten Hand sein Geschlechtsteil berühren kann. Und der Wudu wird dadurch auch nicht ungültig, solange das nicht mit Gelüst passiert. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte zu einem Mann, nachdem dieser gefragt hat, ob sein Wudu gebrochen ist, wenn er sein Geschlechtsteil berührt mit der Hand, so sagte er, das ist ein Teil von dir. Badat un mink. Das ist ein Teil von dir. Bedeutet, wie dein Arm ein Teil von dir ist, wie dein Bein ein Teil von dir ist, wie dein Kopf ein Teil von dir ist. So ist das Geschlechtsteil ebenfalls ein Teil von dir. Hier ist wichtig, dass wir erfahren, dass man als Muslim unterlassen sollte, mit der rechten Hand sein Geschlechtsteil anzufassen. Denn in einer anderen Überlieferung, liebe Geschwister, von Aisha, radiallahu anha wa abdaha, die ebenfalls sehr wichtig ist, sagte, Die rechte Hand, so berichtet Aisha, radiallahu anha, und die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, sie sagte, die rechte Hand des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, war lediglich für seine Reinigung und sein Essen. Und seine linke Hand war für seinen Toilettengang und für andere schmutzige Dinge. Hier hat uns Aisha, radiallahu anha, ganz klar gesagt, dass die Methodik vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wie er verfahren hat, wie er damit umgegangen ist, dass er die rechte nur für das Saubere benutzt hat, für das Geerde genutzt hat. Was die linke anbelangt, so hat er sie für das Schmutzige benutzt, alaihi salatu wa sallam. Nochmals, wenn man beim Duschen oder anderen Anlässen, die wichtig sind, sein Glied mit der rechten Hand berührt, begeht man kein Haram, begeht man nichts Falsches. Aber al-Awla, das Beste ist, dass du das unterlässt. Warum? Wegen diesem Hadith von Aisha, radiallahu anha, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine rechte Hand nur für das Geerde benutzt hat. Und diese Überlieferung, die wir zuvor gehört haben, liebe Geschwister, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine rechte Hand nur für das Geerde benutzt hat, ist bei al-Bukhari in seinem Sahih und bei Imam Muslim. Es gibt eine Überlieferung bei Ibn Maja, dass Uthman, radiallahu anhu wa arda, gesagt haben sollte, wala mas istu zakari bi amini mundu ba ya'atu biha rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam. Ich habe niemals, nachdem ich dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, den Treueeid geschworen hat, al-Bay'a gegeben habe, seitdem habe ich nie wieder mein Glied mit der rechten Hand angefasst. Diese Überlieferung ist daif jidden, wie Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte, aber allgemein ist das für einen Muslim maßgeblich, dass er nur das Gute mit der rechten Hand ausführt. Deswegen seht ihr Leute, die ohne Zweifel haram machen, sie rauchen mit der Linken, weil sie sagen dir, das ist für das Schmutzige. Was den Siwak anbelangt, liebe Geschwister, du kannst mit der rechten oder mit der linken, weil manche Leute sagen hier mit der linken, wegen dem Schmutz. Nein, das ist nicht ein Schmutz in dem Sinne, wie die Leute das denken. Die zweite Überlieferung ist, dass Aisha radiallahu anhu wa abdaha berichtete. Und hier geht es darum, ob man im Stehen urinieren darf oder nicht. Die Überlieferung ist bei der Tirmidhi, liebe Geschwister. Sie berichtet an Aisha radiallahu anhu wa abdaha, Sie berichtet, der Gesandte sallallahu anhu wa abdaha, und sie ist die Frau des Propheten sallallahu anhu wa abdaha, in der Dunja und in der Akhira. Sie berichtet, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, der Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, er pflegte nur im Sitzen zu urinieren. Sie sagte wörtlich, wer euch erzählt, dass der Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam im Stehen uriniert hat, so glaubt ihr nicht. Denn er pflegte nur im Sitzen zu urinieren. Sehr schön. Reinheit. Sauberkeit. Was denkt ihr, was die Chikma dahinter ist? Derjenige, der im Sitzen uriniert, ist er davor geschützt, dass irgendwelche Urintropfen an seine Kleidung gegangen sind. Denn wenn er sitzt, sitzt er für einen Toilettengang angemessen perfekt. Und er erleichtert sich auf beste Art und Weise. Deswegen diese arabischen Toiletten sind eigentlich das Beste, was mittlerweile sogar die Wissenschaftler bestätigt haben, liebe Geschwister. Weil man komplett vollständig das von sich entfernt, was entfernt werden muss. Und hier ist wichtig zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie Aisha radiallahu anha sagte, dass er nur pflegte im Sitzen zu urinieren. Das war, was sie von ihm kannte. Denn er war bei ihr zu Hause. Das war, was sie vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam kannte. Und sie sagte, wer euch etwas anderes erzählt, der lügt euch an. Ist jetzt ein Widerspruch zu der Überlieferung von Hodeifah ibn al-Yaman radiallahu anha, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war an einem bestimmten Platz, da urinierte er im Stehen? Nein, es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Denn Aisha radiallahu anha berichtete nur, was zu Hause bei ihr gewesen ist. Was Hodeifah anbelangt, radiallahu anha, er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam unterwegs. Und sie waren bei Schlachten und bei anderen Angelegenheiten. Deswegen sah er einmal dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er an einem etwas schmutzigeren Ort dort im Stehen uriniert hat. Und dieses ist überhaupt kein Problem. Die Gelehrten sagen, wenn eine Person einen Grund hat, im Stehen zu urinieren, dann darf er im Stehen urinieren. Überhaupt kein Problem. Warum? Weil es gibt natürlich Zustände und Zustände. Stellt euch vor, ihr seid auf der Fahrt. Und dann macht ihr Rast an einer Toilette. Möchte jemand sich auf so eine Toilette setzen? Ich glaube, ein Atomkraftwerk birgt weniger Gefahren als so eine Raststätten-Toilette. Möge Allah sallallahu alaihi wa sallam uns alle bewahren. Deswegen, natürlich gibt es Umstände, wo es einen islamischen Grund gibt, dass man im Stehen uriniert. Aber die Gelehrten, die gesagt haben, ohne Probleme darf man im Stehen urinieren, haben gesagt, dass man hier seine Aura schützen sollte natürlich. Und dass man davor gefeit ist, geschützt ist, dass kein Urin an die Kleidung gelangt. Und das ist sehr wichtig. Wir haben schon im letzten Unterricht darüber gesprochen, dass derjenige, der uriniert und nachlässig ist, wir reden nicht, dass das unabsichtlich passiert ist, dass er nachlässig ist, er uriniert und der Urin fällt zum Beispiel auf die Kleidung. Und ihm macht das nichts aus und er zieht sich so an und geht davon, dieser hat eine Strafe im Grab zu erwarten, liebe Geschwister. Aber hier reden wir natürlich über eine Person. Er hat einen islamisch-rechtlichen Grund und daher uriniert er im Stehen. Und das ist überhaupt kein Problem, des Weiteren soll man sich davor hüten, an bestimmten Plätzen sein Geschäft zu verrichten. So heißt es an Abi Hureyra ta, radiallahu anhu wa al-da, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qal. Abu Hureyra berichtet, der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, er sagte, ettaquu al-la'anayn, fürchtet die beiden Verfluchenden. qalu, wama al-la'anan, ya Rasulallah, so sagten die Gefährten des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, was sind die zwei Verfluchenden, o Gesandte Allahs, qala, al-lazhi ya ta'allahu alayhi wa sallam, al-lazhi ya ta'allahu alayhi wa sallam, al-lazhi wa sallam, al-lazhi wa sallam, das ist derjenige, der sich auf dem Weg der Menschen erleichtert. Das heißt, dort macht er sein Geschäft, wo Wege sind, Wege geebnet sind, wo Menschen sich auch aufhalten, und sogar an ihren schattigen Plätzen. Das heißt, wo sie sich hinsetzen, um den Schatten zu genießen. Hier haben wir eine Überlieferung, die bei Imam Muslim verzeichnet ist, dass du das unterlassen solltest, in jedem Fall an bestimmten Plätzen, wo sich Menschen aufhalten, wo sie wandern, wo sie sich hinsetzen, wo sie sich versammeln. Ganz gleich an diesen Plätzen, ist es dir untersagt, dass du dein Geschäft verrichtest. Jetzt könnte man sagen, was ist, wenn die Plätze weit weg sind, wo die Menschen sich aufhalten, das ist was anderes. Wir reden nur über die Plätze, wo die Menschen sich aufhalten. Hast du allerdings einen Platz, wo keine Menschen hinkommen, wo es sehr selten ist, dass dort Menschen hingelangen, dann hier ist dieses Verbot nicht mit eingeschlossen, sondern es geht hier tatsächlich nur um Plätze, wo die Leute sich hinsetzen. Jetzt stell dir vor, die Leute wandern an bestimmten Plätzen und dann treten sie in den Schmutz herein. Oder sie setzen sich sogar an einem schattigen Plätzen unter dem Baum oder an einer Wand oder an einem anderen Gegenstand und sitzen genau dort, wo der Vorige sich erleichtert hat, wo er sein Geschäft gemacht hat. Dieses ist natürlich unschön. Was wird passieren? Die Menschen werden diesen verfluchen und beschimpfen. Und ihr wisst, bei den Arabern, da fängt das bei der ersten Generation an und geht bis zur nächsten zehn Generation. Er verflucht alle deine Generationen, wenn er in etwas hereintritt, was du ihm hinterlassen hast. Dieses wollte er gar nicht haben von dir. Daher, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man diese Plätze meidet. Für was? Für die Erleichterung. Hier erleichterst du dich nicht an diesen Plätzen. Eine andere Überlieferung, die uns beweist, dass man auch an bestimmten Orten es unterlassen sollte, sein Geschäft zu machen, an Jabir, radiallahu an, qala. Naha Rasulullah, sallallahu alaihi wasallama, an yubala filma irraki. Akhradjahu Muslim. Imam Muslim berichtet, dass Jabir, radiallahu anhu Arda, sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallama, untersagte, dass man in stillen Gewässern uriniert. In stillen Gewässern uriniert. Und hier, subhanallah, seht ihr die Schönheit des Islam, liebe Geschwister. Dass der Islam damit gekommen ist, alles Nützliche für die Leute reinzuhalten. Das Wasser ist etwas Nützliches, ohne Frage. Und stellt euch vor, an so einem Fluss oder bei so einem Gewässer, welches still ist, bedeutet nicht fließt, durchgehend fließt, da ist vielleicht nicht so viel Wasser. Aber manche Menschen wollen von diesem Wasser trinken. Tiere wollen vielleicht von diesem Wasser trinken. Und manche Leute waschen dort vielleicht ihre Kleidung oder benutzen das Wasser für Dinge, die sie für das alltägliche Leben brauchen. Und wie unschön ist es, dass diese Plätze, diese Gewässer unrein sind. Ja, es kann sein, wenn das ein kleines Gewässer ist, wo nicht viel Wasser ist, so gibt es manche Leute, die vielleicht darin ihr Geschäft machen und dann wird das Wasser nicht mehr brauchbar für die Leute. Denn wir wissen, der Idjma der Gelehrten ist, wenn das Wasser die Farbe ändert oder den Geruch ändert oder den Geschmack ändert, so darfst du es nicht mehr benutzen. Du darfst dich damit zum Beispiel nicht mehr waschen für das Gebet. Und daher hat die Religion dieses untersagt. Wenn sowieso wenig Wasser da ist, ist es verboten, in so einem Gewässer zu urinieren. Ist allerdings viel Wasser, auch wenn es nicht fließt, so ist das Makro, das heißt unbeliebt. Und man sollte beides unterlassen, liebe Geschwister, weil jemand, der weiß, dass dieses Wasser nützlich ist für die anderen, möchte es nicht unbedingt beschmutzen. Wenn auch sehr viel Wasser da ist, so ist das keine schöne Sache. Und man sieht das zum Beispiel, dass viele Eltern nicht darauf achten, dass ihre Kinder genau in solchen Gewässern, wenn es jetzt schönes Wetter ist und sie dort mit ihren Kindern hingehen, dann schwimmen die Kinder und viele pullern herein. Das seht ihr immer bei den Kindern, wenn sie besonders viel im Wasser lachen. Das heißt, er verrichtet gerade sein Geschäft. Und deswegen fühlt er sich erleichtert und er lacht, so viel er kann. Daher, liebe Geschwister, sollte man es auch seinen Kindern beibringen, dass man nicht an so einem Ort uriniert. Die nächste Überlieferung an Abdillah ibn Moghaffal an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam Die Überlieferung ist bei Tirmidhi und Anasai und Abu Dawood und Cheikh al-Albani hat sie als Sachih gezeichnet. Al-Iraqi sagt sie ist Sachih und Cheikh Mokbil und Cheikh Mokbil sagt ebenfalls, dass sie authentisch ist. Niemand von euch, so sagte der Pfitt sallallahu alaihi wa sallam, sollte an seinem Waschplatz urinieren. Das heißt, der Platz, an dem er wäscht. Heute würden wir das vielleicht die Badewanne nennen. Niemand von euch sollte an seinem Waschplatz urinieren, denn die meisten Einflüsterungen Einflüsterungen entstehen dadurch. Das heißt, wenn der Urin zum Beispiel auf dem Becken ist, auf dem Boden von der Badewanne ist, dann benutzt man vielleicht noch die Duschbrause und der Urin, er verbreitet sich hier und dort und so entstehen die meisten Einflüsterungen. Und es soll hier diesbezüglich ebenfalls unterlassen werden, am Waschplatz, wo man sich wäscht, zu urinieren. Du kannst vorher auf Toilette dein Geschäft verrichten und dann gehst du unter die Dusche und duschst dort bei Ibn Allah Ta'ala. Es gibt sehr viele Leute, wenn sie anfangen wollen zu duschen, dann bekommen sie vielleicht dieses Gefühl oder haben dieses Gefühl, dass sie sich erleichtern wollen, aber so sollen sie Inshallah Ta'ala, dass bevor sie diesen Waschplatz benutzen, dass sie in der Toilette ganz normal ihr Geschäft verrichten. Das nächste Kapitel, dass man sich schützt vor den Augen der Menschen. An Abdelrahman, Ibn Abi Qurad, قال, خرجst مع Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam ila al-khala, wakana iza arada al-hajata ab-a-ad. So wird begrechnet bei An-Nasai Rahimullah ta'ala mit einer Hassan-Überliefererkette, wie Sheikh al-Albani in Sahih al-Jama'a sagte, dass Abu Qurad radiyallahu anhu wa'alba berichtete, ich ging mit dem Propheten Sallallahu alaihi wasallam raus in die Natur. Und wenn er seine Notdurft, sein Geschäft verrichten wollte, entfernte er sich weit, um nicht gesehen zu werden. Entfernte er sich weit, bedeutet von den Augen der Menschen, um nicht gesehen zu werden. Subhanallah, diese Religion ist voller Reinheit und voller Scham. Das Problem ist, was wir heute in bestimmten Ländern sehen, dass die Toiletten, liebe Geschwister, mit oder dass die Badezimmer oder dass die Toiletten mit sogenannten Pissoirs ausgestattet sind. Das heißt, wo die Männer urinieren und jeder kommt an ihnen vorbei. Und Subhanallah, genau das wollte der Islam verhindern. Aber das ist, was viele Leute wollen. Sie urinieren und schämen sich nicht und zeigen ihre Aura und Wallahu alam, was noch hier bei diesem Toilettengang passiert, so schützen sie sich nicht vor den Augen der Leute. Der Beste aller Menschen, der zu allen gekommen ist, erbrachte uns bei, dass man sich so weit wie möglich entfernt. Reinheit. Scham. Und dass man seine Aura bedeckt. Das heißt, die Schamteile, die nicht gesehen werden dürfen von anderen Leuten. So entfernte er sich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, so weit wie möglich, dass er nicht gesehen werden konnte. Und das ist, was wir ihm nachmachen sollten. Diese Sunnah haben leider viele Muslime auch verloren. Ich habe das gemerkt, wenn ich oft an Flughäfen oder an anderen Orten bin, dann gibt es sehr viele Muslime. Und wir haben das in unseren islamischen Ländern gesehen. Leider haben sie ebenfalls diese Pissoirs angeheftet an die Wände. So haben wir viele Muslime gesehen, die es den anderen Leuten nachmachen, die keine Rechtleitung haben. Und daher, liebe Geschwister, sage ich euch, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, das ist nicht, nicht die Vorgehensweise von einem Muslim. Sagt man ja, wie weit soll ich denn weggehen? Es sind sechs, sieben Toiletten nebeneinander. Wenn die Toiletten abschließbar sind, dann bist du sozusagen weit weggegangen. Dann hast du die Illa erfüllt, dann hast du die Ursache erfüllt. Das heißt, du hast das gemacht, was von dir verlangt wurde. Denn den Raum abschließen zu können und sicher zu sein vor den Augen der Leute, ist, als ob du weit hinweg gegangen bist, so dass du sicher vor den Augen warst. Und das sollte ein Muslim machen. Und ich spreche auch die Geschwister an, die vielleicht noch nicht das nötige Wissen haben, dass sie niemals vor den Leuten urinieren sollten. Eine andere Überlieferung bei Imam Muslim, an Salman radiyallahu anhu arda kala kiela lah qade allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallama kulla şeyin hatta al khira'a es wurde zu ihm gesagt von den Juden zu wen? Zu Salman al-Farisi radiyallahu anhu arda euer Prophet hat euch alles beigebracht sogar wie man das große Geschäft die Notdorf verrichtet. So sagte er ajal. Er sagte ja, er hat es uns beigebracht mit Stolz. Und das ist unser Stolz. Weil wie erwähnt, liebe Geschwister, gibt es Leute, die sich lustig über die Muslime machen und bei Allah nicht mal wissen, wie sie sich nach dem Toilettengang reinigen. Wie sie sich nach dem Toilettengang reinigen. Er sagte ja, er hat uns das beigebracht. Und dann sagte er zum Schluss von diesem Hadith, er sagte, وَأَنْ نَسْتَنْجِيَا بِلْيَمِنِ Und wir sollten uns äh 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 und wir sollten uns nicht mit der Rechten säubern. وَأَنْ نَسْتَنْجِيَا بِأَقَلْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارِ und dass wir auch nicht uns säubern, außer mit mindestens drei Steinen. Damals gab es kein Toilettenpapier. Schon gar nicht vierlagiges und ich weiß nicht, ob mittlerweile auch zehnlagiges vorhanden ist. Es gab kein Toilettenpapier, sondern die Leute haben in der damaligen Zeit Steine genutzt, Knochen genutzt, das, was sie in der Natur gefunden haben. In der heutigen Zeit haben wir, Walhamdulillah, Klopapier, Kleenex, wie man das auch immer nennen möchte. Dieses, so sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sollte mit mindestens drei Steinen in unserer Zeit dann mit drei Papiertüchern gesäubert werden, damit man auch die vollständige Sauberkeit erreicht. Bedeutet das, dass das nur auf diese drei beschränkt ist? Nein, bei Bedarf mehr und bitte mehr. Bitte mehr, damit man sich auch vollständig säubert. Denn ein Muslim, er reinigt sich ja nicht nur mit diesem Papier, sondern er fügt noch das Wasser hinzu, damit er vollständig rein ist und das ist die beste Reinheit, die es gibt. Möge Allah uns immer zur äußerlichen und zur inneren Reinheit führen. Allahumma amin. Aber hier seht ihr Salman al-Farisi radiyallahu anhu al-da, welchen Stolz er für diese Religion hatte, dass er diesen Leuten gezeigt hat, die keine Rechtleitung hatten. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns beigebracht, wie man auf Toilette geht. Was euch anbelangt, ihr wisst nicht mal, wie man auf Toilette geht und wir brauchen nicht darüber zu reden, dass die meisten Leute nicht den Toilettengang verrichten können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann die letzte Überlieferung, liebe Geschwister, an Aishata radiyallahu anha wa al-daha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana iza kharaja minal khala'i qala gufranak. Die Beliefung ist bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und ibn Maja und Sheikhul Albani sagt in al-Sahhiha, dass sie sahih ist. So berichtet der Prophet, so berichtet Aishata radiyallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte, wenn er die Toilette verließ, deine Vergebung zu sagen. Das bedeutet, zu Allah, Deine Vergebung zu sagen, zu Allah, rufranak. O Allah, deine Vergebung. Warum? Die Gelehrten haben wunderschöne Punkte genannt. Weil zum einen, wenn man auf Toilette ist, dann verbringt man eine gewisse Zeit. Und ein Muslim ist ständig eigentlich damit beschäftigt, Allah, subhanahu wa ta'ala, zu erwähnen. Mindestens mit der Zunge, wenn nicht im Herz. Er erwähnt Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn er jetzt eine gewisse Zeit auf Toilette verbringt, dann natürlich kann er mit der Zunge nicht Allah, subhanahu wa ta'ala, erwähnen. Denn die meisten Gelehrten, Jum'ul-Ulema, sagen, wenn man auf Toilette ist, erwähnt man nicht Allahs Namen, subhanahu wa ta'ala. Aber genau deswegen, weil man eine gewisse Zeit auf Toilette verbracht hat und diese Zeit nicht mit Zikrullah, mit dem Gedenken an Allah, subhanahu wa ta'ala, beschäftigt war, so kommt man dann heraus und sagt, deine Vergebung, ja Allah, als ob man ihnen sagen möchte, verzeih mir, dass ich dich in dieser Zeit nicht erwähnen durfte. Subhanallah. Ich wundere mich bei diesem Hadith, Wallah al-Azim, das ging ja um einige bestimmte Minuten. Das geht ja um bestimmte Minutenanzahl, vielleicht fünf Minuten, vielleicht sieben Minuten, zehn Minuten. So sagt ein gläubiger Diener, ja Allah, vergebe mir. Ich konnte dir in dieser Zeit nicht, ich konnte in dieser Zeit dich nicht erwähnen. Subhanallah. Und wir sehen heute Muslime, die bei Allah drei, vier, fünf, sechs Tage leben, lachen, spaßen, ohne Allah azawajal zu erwähnen. Sie sitzen an ihrem Handy, stundenlang, schieben sie die Blätter hin und her, ich weiß nicht, was sie alles gucken und nicht einmal erwähnen sie Allah azawajal. Stundenlang, stundenlang beschäftigt er sich mit etwas, stundenlang diskutiert er, redet er, macht er, er guckt Fernsehen, mehrere Stunden, Filme, mehrere Stunden, Fußballspiele, mehrere Stunden, er erwähnt nicht Allah, schau mal subhanallah, dieser Diener, er geht auf Toilette, er hat vielleicht drei, vier, fünf Minuten verbracht auf Toilette und sonst erwähnt er auch die ganze Zeit Allah oder regelmäßig Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt er aus der Toilette heraus und sagt, Rufraanak, deine Vergebung, ja Allah, ich war nachlässig dir gegenüber. Eine andere Erklärung ist, dass die Gelehrten gesagt haben, wunderschön, so wie Allah es dir ermöglicht hat, dein Körper, der vorher schwerer war, zu erleichtern von dieser Schwere und du bist ja auf Toilette gegangen und hast dein Geschäft verrichtet, so kommst du heraus aus dem Badezimmer und bittest Allah, dass er auch dein Herz erleichtern soll vor den Sünden und Fehltritten, die du gemacht hast. Rufraanak, deine Vergebung, ja Allah. Das ist die Sunna von dem Gesandten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, wie wir sie heute kennengelernt haben beim Toilettengang und liebe Geschwister, diese Überlieferungen sind Gold wert für euch, denn wir wollen inshallah nur die authentischen Überlieferungen erwähnen und zudem auch das, was für uns wichtig ist. Das, was für uns wichtig ist und mit Sicherheit gab es Leute, die heute auch etwas Neues gelernt haben und diejenigen, die diese Hadithe kannten, haben sie heute nochmal befestigt, so hat jeder etwas von diesem Programm gehabt. Möge Allah, uns und euch belohnen und möge Allah uns nur mit der Sunna verbinden. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist das von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist das von mir und von As-Shaytan? Möge Allah mir vergeben. Subhanaklamu und Hamdik Ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu leik Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barak laufikum und jazakum la khairan. Wir schließen jetzt den Livestream, inshallah, und öffnen in Kürze gleich sofort einen neuen Livestream mit Fragen. Wassalamu alaikum.